und ein herzliches willkommen zurück zu tomweider 2 und wir machen mal hier weiter ja wir gehen zwar weiter wir haben im letzten mal das becken umgefüllt sind unnötig durch die gegend gerannt und jetzt sind wir nicht hier und können weiter machen und springen hier rein und jetzt können wir durch schwimmen mal gucken wo wir hinkommen alle drei sequels in dem level und wir haben einen hebel hier der direkt neben der tür ist finde ich immer gut und da ist wasser schon zu ende so hopp jetzt komme ich hier durch und das level ist beendet der burtorm all drei secrets in 52 minuten ja so viel würde ich mal sagen ich denke mal ich springe lieber ich springe lieber an die leiter weil ich denke mal unten wird die todsfalle sein ich habe diesen ventilator nämlich gesehen den propeller ich da rein laufe bin ich wahrscheinlich tot gut aber was ich mache wenn ich euch jetzt mal ich werde jetzt hier mal an der stelle speichern deutsch schwere sprache ich weiß hopp und runter ist hier vielleicht irgendwas oh ein schalter das ist hier irgendwas aufgegangen ich habe eben die tür ist aufgegangen aber wo könnte natürlich ein secret sein wo geht es denn hier lang granaten was man hier alles findet wenn man mal ein bisschen auf die tauschstation geht guck mal jetzt bin ich hoch ist hier sonst noch mal eben licht und ich halte zurück schwimmen sonst sterb ich noch okay das soll ich noch erschaffen das ist niemand auch nichts Affenköpfe! Boah ey! Keine Idioten! Ich hoffe, ich sehe noch was habt, ne? Ah, ja, Unsymonie! Hopi! Haben ich ja nicht genug von, ne? Aber... Medikit! Ach so, ich komme später, die Idioten dahinten! Ich komme, keine Sorge! Ah, jetzt müssen wir hier wieder durchs Becken! Und runter! Hammer, hä? Das hier ist jetzt mit dem Wasser, aber... Trägt das was? Ist das ein Hemel? Nee, das ist kein Hemel. Das ist ein Hemel. Okay. So, ich kann hier meine Session hier. Ja? Session. Und hier ist nichts. Um... Also hier muss ich, glaube ich, nicht... Also hier muss ich, glaube ich, nicht... Also hier muss ich, glaube ich, nicht... Erstmal hier einen Hebel drücken. Und ich will irgendwie auf die andere Seite kommen. Und... Was... Ja, da kann ich drüber. Hm. Ist da auch kein Hemel. Hm. Das müsste irgendwie auszuholen oder nicht... Ich speichere mal. Habe ich den ersten Tag auf Spielladen gemacht? Ne. Ne. Aber ich habe da drin gespeichert, ne? Nochmal. Die Tiefe. So, hier... Nehmen wir jetzt. Da ist noch ein... Nogger Nacken. Die hole ich jetzt mal eben. So. Fuck. So. Ja. Ich weiß nicht. Ja, wir speichern. Laden. Manchmal, ne? Echt. Lol. Hm. Na, gerade. Hebel. Drücken. Gehen. Das mal verliere ich nicht... ...viel Leben. Oh, ich habe nämlich nicht mehr halbes Leben genommen. Und kann finden der Wand, ne? Aha. Wo ich diesen Sprung hier schaffe... Warte mal. Hm. Hm. Ein... Ich könnte ihn theoretisch doch schaffen, ne? Ich speicher jetzt mal. So. Ähm. Ne. Sieht gar nicht. Sieht... Sieht man. Sieht man. Sieht man. Was ist denn das Becken hier? Was ist denn das Becken hier? Sieht gar nichts. Es ist null. Was hat man das Becken hier gemacht? Sieht ja nichts. Dann... Okay, noch nichts. Jetzt bin ich eine Sache versorgen. Und? Haben mich innerhalb nichts überstanden? Jo. Und das war's. Ich habe hier keinen Männer ruhig gestellt. Er hat nichts. Ah, ich will ja sagen, ne? Ach, guck mal. Jetzt sind wir hier. Ähm, hm. Wo kommen wir hin? Hm. Ah, Toad. Gut. Für mich heißt Toad immer Speicher, ne? Hm. Das ist eine kleine Einbuchtung. Hm. Komm ich da hin? Warte mal. Ah. Ah, ne fuck. Ah, oh Gott. Ja, soll ich es schaffen? Alles klar. Dann bin ich noch mal im Laden. Weil ich will sehen, was da drin ist. Nein! War das so... Da könnte ein Zeke drin sein, Mann. Ich will da rein. Ähm, ungefähr hier, ne? Uh, oder? Ja. So, und jetzt? So, und jetzt? Ah, so. Habe ich mir schon gedacht, dass hier Zeke wird ja sehr, sehr gemein. Aha. So. Null. Okay, ich bin tot. Alles klar. Ich speichere hier mal auf einem anderen Spielstand. Fast ich es mich von hier nicht schaffe. Ich habe mir ein bisschen verfrühen. Ne, er hält sich überhaupt nicht fest. Ähm. Hä? Wie ist so ein geiler mach ich das denn jetzt? Ich muss da da runter, oder nicht? Es hat doch ein O geklappt. Okay. Ähm. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ah. Speicher. Ist nichts. Dann gehen wir hier. Okay. Wo komme ich denn lang? Ich bin scheiße nicht. Wo ist dann? Ach du Scheiße. Ernsthaft? Wir gehen ja nicht so weit in die Höhe, oder? Heilige Scheiße. Okay. 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 Alles klar. Kann der aus werden. In 10 Jahren sind wir oben versprochen, Leute. Ob ich es wagen soll? Ne, noch nicht. Ich kriege den Begeiltes nach oben. Ich gucke später runter, damit ich gucken kann, ob da noch was ist. Das wäre nämlich jetzt auch gemein, wenn ich hinter mir irgendwie eine kleine Einmachtung wäre und da ein zweites Secret wäre. Naja, dann wären die zwei Secrets aber sehr nah beieinander. Naja, war ja beim letzten Level auch nicht anders, ne? Da waren die auch sehr nah. Was ist eigentlich noch mal wer da? Da ist wirklich eine. Ich speichere mal hier oben. Ich speichere mal hier oben. So. Ohne. Was ist das? Was ist das? Das ist das? Ich schreibe mal hier oben. Das Aufklatschen gefällt mir. Dann war gut. Wir müssen runter. Scheiße. Wir sind lange gewartet. Wenn sie zu viel Geschwindigkeit hat, dann fällt sie ja runter. Das ist nämlich das Lustige. Das war ein bisschen zu weit. Ich kann nicht abschätzen, wenn ich nicht richtig sehe, wo es ist. Wo ich da reinkomme. Ich sag mal. Ungefähr hier vielleicht. Ah Mann, ein Stückchen weiter. Ich schaff das Leute. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Aber ich schaff das. Ich schaff das. dahinten gucken oder geht das jetzt ich kann nicht nach hinten gucken das kippt man mir so knapp ich hoffe er ist ein sieg hier aber jetzt kommt man schon wieder so knapp ich mache da mal einen cut und sage nicht bescheid wie ich es geschafft habe im silent tschau